Über die letzten tausend Jahre hat sich der Wald, dessen Nutzung und Wahrnehmung, erheblich verändert. Diese Transformationen erzeugten ein unverkennbares Muster der Urbanisierung, Industrialisierung, Innovation und des Ressourcenmanagements, das in engem Zusammenhang mit der Geografie der Täler steht. Die Waldstruktur des Mittellandes hat sich dabei gegenüber der Zersiedelung und Urbanisierung als äußerst widerstandsfähig erwiesen und kann dadurch auch für andere Länder als Vorbild dienen, deren Ressourcen und Kulturen unter Druck stehen. Die folgende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung zeigt diese Veränderungen auf und öffnet einen Blick in die Zukunft der Täler, der Wald- und Holzwirtschaft und des Städtebaus mit urbanen Wäldern. Während des Mittelalters stellt der Wald eine unentbehrliche Grundlage des menschlichen Lebens dar. Gerade im Mittelland und den Nordalpen ist Holz der wichtigste Bau- und Werkstoff. Eiben und Eschen werden im großen Stil als Waffenholz genutzt. Die Rinde der Eichen und Fichten wird für das Gerben von Leder abgeschält und das Harz von Kiefern und Föhren zur Herstellung von Pech, Teer und Terpentin gewonnen. Regelmäßig werden große Flächen gerodet, um die Nachfrage nach Brenn- und Bauholz sowie nach Land zu decken. Aber auch die restlichen Waldflächen werden intensiv genutzt, etwa bei der Jagd auf Hirsche, bei der Waldbeweidung und der Eichelmast von Schweinen oder dem gewerbsmäßigen Sammeln von Honig wilder Bienenvölker. Die Schweiz ist zu dieser Zeit ein wildgemischtes Waldwirtschaftsgebiet, weshalb die Urschweizer Orte, wo Wiesen, Äcker, Feuchtgebiete und dichtere Waldflächen sich abwechseln, auch Waldstädte genannt werden. Die unterschiedliche und intensive Nutzung des Waldes verlangt nach Regelungen. Wälder werden entsprechend ihrem Gebrauch in Niederwald, Mittelwald und Hochwald geteilt. Und wichtige Schutzwälder in den Berggebieten werden unter Bann gestellt. Die wachsenden Bergbau- und Manufakturbetriebe der frühen Neuzeit verlangen nach riesigen Mengen Holz und Holzkohle. Pottasche wird in Glashütten zu grünlichem Waldglas verarbeitet. Fichtenstämme werden für den Bau von Wasserleitungen verwendet. Um die große Nachfrage zu decken, werden enorme Holzmassen aus dem Alpenraum in die Städte und bis in die Niederlande geflößt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erreichen die Holzvorräte des Schweizer Waldes den geschichtlichen Tiefpunkt. Ein Umdenken hin zu einer wissenschaftlich kontrollierten Forstwirtschaft ist zwingend nötig. 1713 formuliert Hans Karl von Karlowitz in seinem Standardwerk zur Forstwirtschaft das Prinzip der Nachhaltigkeit. Erste kantonale Forstordnungen folgen diesem Grundsatz und regeln neu den Besitz und die Nutzung des Waldes. Im Mittelland werden im großen Stil Fichten angepflanzt. Wälder werden mit Wegerastern und Schneisen versehen, um eine effiziente und kontrollierte Forstbewirtschaftung zu ermöglichen. Mit der Romantik wird der Wald zur Sehnsuchtslandschaft des städtischen Bürgertums. Der Christbaum hält Einzug in die Stuben und wird ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Der Wald selbst wird von Städtern als Ort der Erholung und Einkehr entdeckt. Pfadfinder nutzen ihn für Abenteuer und zum Kampieren. Es sind aber insbesondere die Dichtung und die Malerei, die durch ihre mythischen Darstellungen die Wahrnehmung des Waldes nachhaltig verändern. Zahlreiche Naturkatastrophen sind die Folge des früheren Raubbaus am Wald, speziell im Alpenraum. Elias Landold und Karl Kuhlmann werden daher im Namen des Bundes beauftragt, die Forstwirtschaft zu untersuchen. Auf ihrer Grundlage findet die Walderhaltungspolitik 1874 Einzug in die Schweizer Bundesverfassung. Dies und der Bau der Eisenbahn mit ihrer Möglichkeit, Steinkohle zu importieren, schützen die Wälder vor weiterer Abholzung. Die Waldfläche nimmt als Folge dessen und dank gezielter Aufforstung zu. Mit der Industrialisierung findet gleichzeitig eine gewaltige Mechanisierung der Holzwirtschaft statt. Die Entwicklung des Holzschliffs macht die industrielle Produktion von Papier möglich und schafft mit der Holzzellulose einen bedeutenden Rohstoff für die Chemie- und Textilindustrie. Neue Produkte wie Brettschichtholzträger beim Alten Hangar in Dübendorf revolutionieren die Möglichkeiten des Holzbaus. Während des Zweiten Weltkriegs wird die Nutzung von Wald und Holz intensiviert. Im Rahmen der Anbauschlacht werden 10.000 Hektar Wald zur Gewinnung von Ackerland gerodet. Besonders in Randregionen ist eine intensive Waldbewirtschaftung weit verbreitet. Durch den Mangel an Kohle und Erdöl wird Holz erneut zum wichtigsten Brennstoff. Autos werden mit einem vom französischen Ingenieur Georges Ambert entworfenen Holzvergaser betrieben. 1944 entwickelt der Schweizer Pionier Ernst Wies ein Holzgasflugzeug, das im gleichen Jahr erstmals fliegt. Nach Ende des Krieges wandelt sich dank steigendem Wohlstand das Sammeln von Waldfrüchten von einer Notwendigkeit zu einer Freizeitbeschäftigung. Und mit der Erfindung des Vita-Parcours wird der Wald auch zum Fitnessclub. Durch den Rückgang der Landwirtschaft, insbesondere im Alpenraum, nimmt die Waldfläche stetig zu. Bären und Wölfe kehren langsam zurück. Andere Raubtiere, wie der Luchs, werden wieder angesiedelt. Ab den 80er Jahren befallen Borkenkäfer große Teile des Schweizer Nadelwaldes. Dadurch geschwächt, werden während des Orkans Lothar allein in der Schweiz 10 Millionen Nadelbäume umgeworfen. Wegen der großen Anfälligkeit von Monokulturwäldern werden Mischwälder intensiv gefördert. Gleichzeitig wird mit Holz21 der mehrgeschossige Holzbau lanciert, um den Holzabsatz zu stärken. Die Technologisierung und Motorisierung führt ab den 50er Jahren zu einer erheblichen Effizienzsteigerung. Neue Produkte entstehen. Pellets aus Sägeresten ermöglichen die automatisierte Nutzung des Brennstoffs. Und erlesene Hölzer werden wegen ihres hohen Gehalts an Aroma- und Gerbstoffen zur Veredelung von Genussmitteln und Parfums verwendet. Neue Waldformen, wie die Agroforstwirtschaft mit einer Kombination von Wald- und Landwirtschaft oder Energiewälder zur effizienten Gewinnung von Brennholz, bieten neue Möglichkeiten der Waldwirtschaft. Die Vereinten Nationen erklären 2011 zum internationalen Jahr des Waldes und lenken damit die weltweite Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Ökosystem. Denn Wälder erbringen vielfältige Leistungen. Sie liefern die nachwachsende Ressource Holz und sauberes Trinkwasser, schützen vor Naturgefahren, bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen und dienen immer mehr Menschen zur Erholung. Eine Strategie für die Umwandlung des ehemaligen Militärflughafens von Dübendorf in ein Waldgebiet als urbane Infrastruktur. Als von Gletschern geformte, annähernd parallele Täler ziehen sich das Glatttal und das Seebecken kammförmig durchs Mittelland. Die Strategie für das Gelände ist geprägt durch die Topografie, die lockere Siedlungsstruktur, die Ökologie des Waldes und das Ahrtal-Akifair. Als eines der größten Grundstücke der Region wird der Flugplatz Dübendorf bei der Entwicklung der Glattstadt eine wichtige Rolle spielen. Das Projekt schlägt dafür eine prototypische, regional nutzbare Waldinfrastruktur vor, die durch ein Zusammenspiel von Wald, Grundwasser und Stadtbevölkerung sowohl wirtschaftlich ist, wie auch die ökologischen Zusammenhänge der städtischen Entwicklung des Glatttals wahrnimmt. Dübenholz ist eine konstruierte Ökologie. In einem ersten Schritt werden die Flugpisten abgebrochen und die eingedolten Bäche geöffnet. Durch gezieltes Abbrennen und Umflügen wird das Grundstück auf die neue Vegetation vorbereitet. Die Baumsetzlinge werden gepflanzt und Pionierarten und erste Tiere siedeln sich an. Das Wachstum wird mit Hilfe einer Matrix laufend überwacht und durch sporadisches Durchforsten gesteuert. Energieholz wird geerntet. Freie Flächen werden landwirtschaftlich genutzt oder für eine weitere Nutzung vorbereitet. Dübenholz kann auf verschiedenen Ebenen wertvolle Dienste leisten. Als Wasserreinigungseinrichtung für Trinkwasser, als Energielieferant durch Biomasse, als Luftfilter und als städtischer Erholungsraum. Schrittweise werden öffentliche Nutzungen wie Spazierwege oder Campingplätze eingeführt. Um ein optimales Wachstum zu erreichen, wird die Stammzahl reduziert, bis die Bäume reif sind, um in den örtlichen Betrieben verarbeitet zu werden. Mit der Entwicklung der Glattstadt werden verstärkt Erholungsangebote eingeführt und Sportfelder und weitere Freizeitnutzungen etabliert. Dübenholz ist eine Landschaftsinfrastruktur für eine Vielzahl von Nutzungen mit einem steten Rotationsmuster, in welchem erneuerbare Ressourcen und technologische Forschung entstehen können. Es ist ein Prototyp für zukünftige städtebauliche Entwicklungen, mehrdimensional, dynamisch und regional. Wälder und der vermehrte Einsatz von Holz können in Zukunft einen noch größeren Beitrag zur Minderung des Klimawandels leisten. Holzheizkraftwerke kombinieren die Produktion von Strom und Wärme mit hohem Wirkungsgrad, CO2-neutral. Aus Biomasse gewonnenes Pyrolyseöl wird ein Kraftstoff der Zukunft und Rohstoffquelle für chemische Anwendungen. Biopolymere aus Zellulose werden zum Kunststoff kommender Generationen und werden mit anderen Holzprodukten zur nachhaltigen Ergänzung der Werkstoffpalette. Mit der Weiterentwicklung des mehrgeschossigen Holzbaus werden künftig Holzhochhäuser möglich. Trinkwasserwälder werden vermehrt zur Anreicherung des Grundwassers eingesetzt. Vielfältige und intensiv nutzbare Infrastrukturwälder werden zur Typologie für nachhaltigen Städteumbau und Stadtentwicklung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und nachhaltigen Städteumbau Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und nachhaltigen Städteumbau